Dass sich unsere Kurzzeitvermietungsobjekte, unsere Airbnbs so gut vermarkten lassen und so gut vermieten, das ist kein Zufall. Dahinter stecken Strategien, die wir auf jedes dieser einzelnen Objekte anwenden, damit diese möglichst viele Buchungen und einen hohen Buchungsumsatz erzielen. Unsere Lieblingsstrategien für das Jahr 2024 möchte ich hier in diesem Video mit dir teilen. Deswegen zeige ich dir unsere 5 beliebtesten Tipps und Strategien, die wir anwenden bei unseren Vermietungsobjekten, um möglichst gute Buchungen zu erhalten. Die erste Strategie, die ich dir somit beibringen möchte, sind die CTAs in den Beschreibungen. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, was ist eine CTA oder du weißt es bereits, aber für die, die es nicht wissen, CTA bedeutet Call to Action. Bedeutet wir rufen auf, den Gast uns etwas zu fragen oder mit unserem Inserat zu interagieren. Auf diese Art und Weise schaffen wir es, dass der Gast sich mit unserem Inserat auseinandersetzt und dementsprechend halt eben auf das Inserat klickt und mit uns in Kontakt tritt. Warum wollen wir das? Letztendlich trackt der Airbnb-Algorithmus die ganze Zeit im Hintergrund, wie oft wird ein Apartment angeschaut und vor allen Dingen dann, wie viele Buchungen und wie viele Kontaktanfragen erhält der Gastgeber zu diesem Inserat. Je mehr Gastanfragen du erhältst, das heißt, das können Fragen sein, Anfragen, das können Buchungen sein, desto besser wird der Suchalgorithmus dein Apartment ranken. Weil es halt eben denkt, das ist ein Apartment, was sehr relevant und sehr interessant für die potenziellen Gäste ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, wie kann ich denn überhaupt das Engagement steigern? Was für CTAs machen denn Sinn? Es gibt da quasi zwei Möglichkeiten. Entweder du schaffst quasi ein kleines Mysterium, dass du halt eben sowas sagst wie, hey, wenn du mehr zu unseren Wochenendrabatten wissen möchtest, dann schreib uns an. Das heißt, wenn ein Gast eine Woche buchen möchte, dann wird er das höchstwahrscheinlich tun, weil er so natürlich die Unterkunft gegebenenfalls günstiger bekommen würde. Das ist das eine. Das andere ist dann natürlich halt eben zum Beispiel Fakten, wie zum Beispiel, hey, wir haben einen Pool oder einen Whirlpool in der Ferienwohnung. Du möchtest mal Informationen dafür haben, schreib uns einfach an und wir beantworten dir die Fragen dazu. Diese Engagementsteigerung führt langfristig zu mehr Erfolg, vor allen Dingen im Jahr 2024 und deswegen bau auf jeden Fall CTAs in deinem Airbnb-Inserat ein. Die zweite extrem wichtige Strategie, die wir bei jedem unserer Objekte anwenden und die du auf jeden Fall berücksichtigen solltest, ist die der guten Inserat zu Immobilienfotos. Ich weiß, ich sage das ziemlich häufig in unseren Videos und ich habe schon zahlreiche Videos genau zu diesem Thema gemacht. Aber ich glaube, es ist noch nicht ganz angekommen, weil der Markt in Deutschland, wenn man sich den ansieht, der sieht noch echt stark unteroptimiert aus und das müssen wir wirklich langsam ändern. Also, wieso brauchen wir gute Immobilienfotos erstmal? Letztendlich haben wir zum Teilen ein Online-Business. Bedeutet, der Gast oder der Käufer von dem Produkt, was die Ferienwohnung ist, der sieht nur die Bilder und muss anhand dieser Bilder eine Kaufentscheidung treffen. Möchte ich dieses Apartment buchen? Möchte ich dafür hunderte bis tausende von Euro ausgeben oder nicht? Jetzt gibt es viele Gastgeber, die wirklich meinen, dass wenn sie einfach nur kurz das Handy zücken, einmal kurz schnell, zack, zack, paar Bilder machen, dass das reicht, um mehrere tausend Euro zu verdienen. Und das ist absoluter Bullshit. Also, ich reg mich da jedes Mal drüber auf, muss ich sagen, aber es ist halt eben so wichtig, dass man sich gerade für diese Darstellung der Immobilie im Internet, auf Social Media, dass man sich dafür Mühe gibt, am besten einen ganzen Tag Zeit vernimmt. Weil das ist letztendlich ja das Inserat, was einem 24-7 Einkommen generiert. Während man schläft, wird dieses Inserat für dich arbeiten und Gäste anziehen, die es halt eben ansprechend finden. Deswegen ist es eigentlich so einfach, einen Immobilienfotografen kommen zu lassen, der gute Immobilienfotos macht von dem Objekt und dann dementsprechend kann man diese einfach verwenden. Ich möchte aber auch nochmal ein Beispiel zeigen, wie gut eigentlich Immobilienfotos das Inserat quasi auf ein neues Level heben können. Und dafür habe ich extra eine Unterkunft gebucht, die unteroptimiert war. Hier zum Beispiel, wo ich gerade bin, in Thailand auf Koh Samui. Und hier war zum Beispiel dieses Inserat. Das habe ich halt eben gesehen und habe da sehr viel Potenzial drin gesehen. Eigentlich ein sehr schönes Objekt von den Grundprinzipien her. Und jetzt bin ich hergegangen und habe die Immobilienfotografen Kamera aufgestellt und habe einfach den Raum fotografiert, so wie er war. Nichts großartig jetzt umgestellt, sondern einfach den Raum genauso fotografiert, wie er war. Genauso wie sie es teilweise auch gemacht haben. Und jetzt sieht man quasi im Vergleich einmal die Bilder, die ich geschossen habe. Die Frage ist, welches Inserat, welche Bilder findest du einladender? Was würdest du eher buchen? Und wenn jetzt deine Antwort ist, die zweiten, also die, die ich mit Immobilienfotografen Kamera gemacht habe, dann ist doch vollkommen klar, dass du mehr Buchungen erhältst, wenn du gute Immobilienfotos hast. Und deswegen investiere auf jeden Fall in einen guten Immobilienfotografen und gute Immobilienfotos. Strategie Nummer 3, die unfassbar wichtig ist, ist auf jeden Fall die Dynamic Pricing Strategie, also dynamische Preisstrategie. Damit meinen wir, dass wir nicht einfach einen Preis einstellen für unsere Ferienwohnung oder Saisonpreise einstellen für unsere Ferienwohnung und darauf hoffen, dass dieser Preis immer funktioniert. Das Tödlichste, was du machen kannst bei deiner Airbnb-Vermietung, ist diese One Price Fits Them All Preisstrategie. Das bedeutet, du hast einen Preis für alles, zum Beispiel 60 Euro die Nacht und dann legst du quasi los. Go for it! Und du kriegst die ganze Zeit Buchungen und denkst dir, oh wow, ich habe eine Auslastung von 100 Prozent, wie geil ist das? So ein richtig guter Gastgeber. Und das Problem an der Sache ist halt eben, wenn du 100 Prozent Auslastung hast, dann bist du zu günstig. Du darfst eigentlich keine 100 Prozent Auslastung haben, weil das ist immer Indikator dafür, dass du viel zu günstig bist und deswegen viel zu stark nachgefragt wirst. Optimal ist eine Auslastung, das sagen wir immer wieder, von um die 80 Prozent, weil das der perfekte Sweetspot ist, den wir herausgefunden haben. Ungefähr zwischen dem maximal höchstmöglichen Übernachtungspreis, damit auch dem möglichst höchsten möglichen Umsatz und möglichst wenig Arbeit, die wir reinstecken müssen, weil möglichst wenig Buchungen halt eben auch immer zu weniger Arbeit führen, als wenn wir eine 100 Prozent ausgelastete Wohnung haben. Und wir hatten tatsächlich einen Teilnehmer, schöne Grüße an der Stelle, der weiß Bescheid, der hatte tatsächlich so eingestellt, dass er jeden Tag einen Wechsel hat. Also wirklich, der hatte drei Ferienwohnungen und jeden Tag einen Wechsel. Das war unglaublich, also sowas habe ich noch nie gesehen. Der hatte 30 Nächte zur Verfügung und hatte 30 einzelne Buchungen. Das war unglaublich, aber es ist halt eben ein absoluter Pain in the Ass, wenn du halt eben die Arbeit vom Leib schaffen möchtest und das Ganze halt eben automatisieren willst. Da brauchst du halt eben längere Aufenthalte und höhere Übernachtungspreise, damit das einfach nicht passiert. Und deswegen habe eine dynamische Preisstrategie, zum Beispiel mit Tools, die Pricelabs etc. Da haben wir hier auch extra ein sehr ausführliches Video zu gemacht. Schau dir das dafür auf jeden Fall an. Die Strategie Nummer 4 ist auf jeden Fall, dass du deine Marktbegleiter im Auge behalten solltest und vor allen Dingen ein Auge für den Standort haben solltest. Bedeutet, es gibt viele Gäste, die suchen nach speziellen Unterkunftsausstattungskriterien. Und wenn deine Unterkunft diese gerade nicht erfüllt, erfüllt sie höchstwahrscheinlich gerade ein anderer und der erhält diese Buchung. Damit wir halt eben auch selber diese Buchung erhalten, müssen wir natürlich einmal genau schauen, was wird eigentlich besonders stark bei diesem Standort nachgefragt. Nehmen wir an, du bist vielleicht in einem Skigebiet. Das ist jetzt ein sehr extremes und sehr, sehr nischiges Beispiel. Aber du bist in diesem Skigebiet und die Leute, die kommen halt eben zu dir, weil die Skifahren wollen. Jetzt gibt es eine Unterkunft, die hat einen Trockenraum, halt eben um die ganze Skiausrüstung halt eben über Nacht halt eben trocknen zu lassen. Und du hast es nicht. Welche Unterkunft würde ungefähr gebucht werden, wenn beide gleich aussehen, ungefähr den gleichen Preis haben und die gleichen Ausstattungsmerkmale sonst haben? Genau, die Unterkunft, die den Trockenraum hat. Deswegen ist es wichtig, dass du immer schaust, was haben meine Marktbegleiter für Ausstattungskriterien, die ich noch nicht erfülle? Und was ist das, was der Gast nachfragt, was der ganze Markt vielleicht noch nicht erfüllt? Vielleicht ein Whirlpool. Vielleicht sind das halt eben Dinge, die du einfach besorgen kannst, die du halt eben zum Beispiel bei dir einfach auf die Terrasse stellen kannst und dann halt eben wesentlich mehr qualitativ hochwertige Buchungen bekommst. Deswegen hab immer ein Auge auf die Standorte, vor allen Dingen im Jahr 2024, wo immer mehr Leute halt eben von Remote arbeiten, also halt eben von den Unterkünften auch ausarbeiten. Würde ich auch immer empfehlen, zum Beispiel Bürostuhl dabei zu haben oder halt eben schnelles Internet. Das sind halt eben so klare, offensichtliche Sachen, aber trotzdem habe ich das Gefühl, man muss es immer mal wieder sagen. Und das wäre auf jeden Fall die vierte Strategie und die fünfte Strategie. Und damit die letzte unserer Strategien ist die von der Multi-Channel-Strategie. Wenn du etwas länger schon dabei bist und hast du schon mal davon gehört, bedeutet, dass du deine Unterkunft nicht nur auf einer Reiseplattform anbietest, sondern auf mehreren, um gleichzeitig die Menge an potenziellen Views, also die Anzahl der Leute zu erhöhen, die sich dein Inserat ansehen und somit dann halt eben auch mehr Buchung zu erhalten. Denn desto mehr Leute dein Inserat sehen, desto wahrscheinlicher ist es dann letztendlich, dass es dann halt eben gebucht wird. Für die Multi-Channel-Strategie brauchst du auf jeden Fall ein Property-Management-System, also einen Channel-Manager auch, um das Ganze bestmöglich zu streuen und das Ganze halt eben auch miteinander zu verknüpfen. Und dafür haben wir auch ein Video gemacht, das findest du hier. Und mit diesen fünf Strategien hast du auf jeden Fall ein erfolgreiches Jahr 2024. Deswegen, wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere auf jeden Fall diesen Kanal, um keine weiteren Strategien und Tipps zu verpassen. Ich war Niklas von Fevo Butler. Ciao! Ciao!